da war die genau hier hier waren die monster falle warte ich gehe einfach rein wobei das ist wahrscheinlich nicht so schlau ja jetzt ist hier natürlich monster drin das war so klar ist auch eine monster fall ist ja logisch was soll hier sonst drin sein so warte ich mach mal hierzu ist da hinten eine fackel wer stellt eine fackel auf hallo in der monster falle das ist ein creeper verbote er ist nicht so schlau ins wasser nichts nicht so dumm ins wasser zu laufen doch ist ja echt so blöd sonst habe ich eine fackel da die ich nicht aufheben kann ich mal die ep kugel mal mit so und dann werde ich mal gucken wie sich der creeper abtreiben lässt warte mal du kommst mal weg so hier liegt was von der spinne ich gehe mal hier runter warte ich glaube ich spinne hier so warte was haben wir denn hier ach guck mal lalalala da gibt es mal ep danke so hier drüben gibt es auch noch mal ep freihaus und hier auch noch mal das bei wunderschöner musik die einfach dazu passt ach man ich brauche noch mehr playlists aber ich glaube ich kann ich auch gar nicht umschalten irgendwie das geht gar nicht glaube ich war das ist doppelt also das mit den treppen das ist auch irgendwie sehr seltsam ist ja nacht ach du scheiße war so klar dass jetzt natürlich jetzt kommt hier raus ist natürlich nacht ich will schlafen gehen ich will schlafen gehen warte lass mich lass mich pennen lass mich ist gut morgen mensch jetzt erst mal ein kürbiskuchen zum frühstück sehr nahrhaft sehr gesund kürbiskuchen 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 so einen moment jetzt werde ich hier einmal schauen irgendwie noch nicht so das wahre warte mal so vielleicht muss das doch so ach schon wieder was ist das denn diesmal ach joshis lullibi das passt natürlich überhaupt gerade thematisch gar nicht rein warte nee halt so so wird es da schon wieder alle natürlich ist auch nicht richtig der weg irgendwas stört mich daran noch der ist der kommt mir so breit vor vielleicht mache ich ihn einfach nicht so sondern einfach schräg und dafür hier aber noch mal gravelen jetzt ist ein feuerstein draus doch scheiße warte mal jetzt noch die nummer weg hier das auch noch mal weg dass es noch mal alles weg so ein scheiß verdammt so ein mist und drei feuersteine toll heißt er hat soll ich denn mit dem scheiß minecraft man das mit dem feuerstein ist echt ein bisschen übertrieben so hier jetzt hin und jetzt möchte ich noch mal warte und was stört mich jetzt ist der weg wieder zu klein das ist auch blöd so jetzt ja geht glaube ich so wir müssen ja bloß hier an die seite der brücke ich würde mal sagen hier geht das doch eigentlich hier hier müssen wir eigentlich nur hin komisch ich war schon mal besser in diesem kurvigen wegebau mann 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 ich krieg das jetzt wieder nicht hin nicht so gut jedenfalls so und den ganzen gravet verschwende ich auch noch das ist ja toll echt so bis wo wollte ich bis hier wollte ich ne genau und dann machst du einfach eine treppe und dann gibt es einfach runter und eigentlich theoretisch weil damit symmetrisch ist das gleiche auf der anderen seite nochmal aber ich habe im moment nicht genug gravel dafür außerdem werde ich wohl diese seite erstmal nur benutzen so warte halt also schon zu weit egal das muss eh weg weil das dann zu abgeschnitten aussieht so warte bis hier bis hier bis hier jetzt so ja es ist einfach ein traum hier wie viel gravel ich einfach habe ich habe den ganzen gravel schon für den anderen weg da verbraten deswegen habe ich jetzt natürlich kaum noch welchen ist ja auch blöd so ich müsste mal ich müsste mal hier ich muss jetzt mal was in der steinstadt bauen glaube ich so warte das muss weg das muss weg so und hier muss erde hin apropos hier ist noch mehr erde nehme ich auch noch mal mit so hat ja passt hier müsst ihr halt nur habe ich aber nicht gravel hin so gehst halt hier und dann gehst du hier runter und dann kommst du hier unten irgendwo raus in der steinstadt wahrscheinlich so warte hm wobei auf der anderen seite geht das ja gar nicht da würdest du denn oben raus kommen hier müsste es dann entsprechend eigentlich müsste man hier die möglichkeit haben hier raus zu kommen und und ganz unten und auf der anderen seite halt ganz oben irgendwie ich weiß es nicht oder ich mach das einfach ich mach den weg außen rum das würde auch gehen das ist halt so eine art umgehungsstraße aber ich möchte auch gerne hier dass man durch die stadt reiten muss und nicht außen rum wir sind ja jetzt hier nicht in deutschland wo man überall umgehungsstraßen bauen muss sondern wir sind immer noch im minecraft ist ja noch eine fantasy welt so apropos fantasy welt ja ohne ohne graver ist natürlich schwierig jetzt hier jetzt hier einen weg zu bauen wo ich jetzt sagen kann ja dann mache ich jetzt da ein haus hin ich mache es einfach mal hier so das ist einfach mal hier durchführen so warte mal also man kommt dann halt wenn ich das richtig sehe kommt man hier ist die brücke und hier kommt man denn raus genau so warte muss man ein bisschen abtragen noch lalalala so okay gut hier kommt man also raus ich mache ihn mal gleich weg so die beiden hier so warte okay also dann müsste man hier halt durch die stadt reiten wenn man will wie hatte ich das denn mit den wehen gemacht ich weiß es nicht so genau dass man das das ist auch wirklich ein bisschen ich könnte wieder nichts mit dem was schmeiß ich denn jetzt mal weg was habe ich das schleppe ich überhaupt mit mir rum hier alles schwierig ach man ich glaube ich müsste ein paar steine irgendwo loswerden habe ich da kann ich irgendwas decken ne kann ich auch nicht ne kann ich leider nicht ok sieht nicht so aus zumindest jetzt auf den ersten blick ich werde jetzt mal hier nochmal raus gehen und nochmal ins bauernhaus und mal was abladen hier da komme ich ja gar nicht raus warte so lalalala alter wie oft zelda auch kommt das schon wieder skyward sword vor allem immer das gleiche ist natürlich auch schön ich muss ein paar dings abladen hier im bauernhaus warte hier ich lade einfach mal ne ich lade einfach mal die erde hier ab komm weißt du so so viel werde ich davon nicht brauchen und dann werde ich mal einen schluck äh schluck also ein bisschen was essen so und eigentlich könnte ich die erde auch hier verbauen um terraforming ein bisschen zu machen und dann nochmal felder hin zu machen was kommt jetzt mario kart 64 naja irgendwie wiederholt sich das alles das ist irgendwie doof so hier jetzt hier runter genau hier ja das passt ne hier hier ist der eingang dann zur stadt genau und hier kommt man dann ja das mit dem weg ist noch ein bisschen naja ich weiß nicht ob das noch so ob das so geil ist keine ahnung auf jeden fall müsste es dann hier theoretisch hm 1 2 machen wir mal 1 2 3 machen wir hier nochmal 1 2 3 dann machen wir hier 1 2 machen wir hier 1 machen wir hier 1 2 und hier warte mal ich hatte 2 ne einmal hatte ich nur 1 2 dann mach ich hier nochmal 1 das passt hier überhaupt nicht warte mal halt ok das ist viel zu früh gut hier mach ich nochmal erde hin also die 1 2 3 passen schon mal aber die müssen jetzt eigentlich hier hier hin 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 äh 3 und dann hier nochmal so warte mal halt sind das jetzt ne das sind 4 warte so ok genau und jetzt müssen wir mal gucken dass man hier den Weg dann entsprechend noch so breit macht dass auch ein normaler Mensch da rüber laufen kann durch diese Stadt hier vor allem so man muss einfach mal irgendwie also erstmal das hier muss ja sowieso weg so bis hier mach ich mal mach ich mal so ne das geht nicht das geht nicht das geht nicht das muss so ok hier passt es eigentlich auch aber der muss noch weg der muss weg so warte hier sind es dann 2 das heißt also die beiden ebenfalls weg so genau dann sind es hier 2 dann kommen 3 und dann naja gut 1 2 3 dann hier 1 2 3 und dann hier ja das dürfte ganz gut sein für so einen Weg der um die Kurve führt jetzt müssen wir natürlich hier noch halt hier müsste eigentlich auch noch weiter gehen also hier dürfte eigentlich warte mal halt also hier müsste es theoretisch auch nochmal so reingehen so warte so und dann hier so rüber unter der Brücke durch und dann da hoch weißt du so ha und dann hast du hier so einen schönen Weg der durch die Stadt führt und kannst dir mal ein paar Häuser hinbauen würde ich sagen so hier müssten dann noch naja hier mach ich mal provisorisch eine Erde hin damit ich da wieder hochkomme aber eigentlich fehlt da ja folgendes äh Gravel so warte hast du hier den Weg das ist noch nicht so optimal so vielleicht so das ist wieder zu groß so ok und hier wäre dann der Weg der würde dann hier so durchführen und hier raus und hier dann hoch und jetzt muss ich erstmal pennen gehen warte mal und ich brauche dringend äh Kies ich habe leider sehr wenig Kies ne ich muss echt ich muss jetzt doch nochmal in die Höhle gehen nochmal Kies wirklich mitnehmen und nicht irgendwie nach Diamanten suchen ich war schon wieder so gierig weil es da so tief reinging ne und ihr kennt es ja äh ihr kennt das ja von Männern wenn es tief reingeht ne dann würde man immer wenn man immer ne erstmal gucken wie es denn da aussieht und naja ihr wisst was ich meine so ich sitze hier auch schon wieder so scheiße warte mal so vielleicht so so ach man das ist auch echt blöd hier naja also dieser Stuhl der müsste eigentlich höher sein glaube ich oder müsste er höher sein oder ich muss mich mal hier richtig hinsetzen so was kann ich denn hier schon wieder ich habe schon wieder so viel mit das ist doch blöd ich muss mal ganz kurz hier ne warte das Eisen leer hatte ich auch nochmal hier ab habe ich hier noch irgendwo Eisen hier nicht habe ich hier noch Eisen nö aber hier ist noch ganz viel Erde siehste mach es mal so da nochmal was hin und dann äh müsstest du eigentlich die Erde mal von hier drüben mitnehmen ne das was habe ich jetzt mitgenommen da will ich es klar zu nehmen mache ich auch nochmal rein hier das mache ich nochmal rein die Blumen mache ich hier nochmal rein äh die Kohle mache ich hier rein und die Enderperle mache ich hier rein ach da war schon eine siehste so und dann mache ich auch nochmal die Idis da rein und die Tintensäcke und die Erde nehme ich nochmal raus und mache ich wö was war das ach das war bestimmt unser Bauerhorst so okay hier mache ich jetzt mal die Erde rein die passt ja gar nicht mehr äh mache ich mal die eine Blume hier nochmal raus so Erde Erde passt immer noch nicht noch mehr Blumen okay ja gut den Rest kann ich ja erstmal so lohnsam Blume Blume die ganzen also die Blumen sind irgendwie drüben hier ist noch ein Sattel drin und ein oh ein Bett so ach hier unser Bauerhorst siehste auch nicht schlecht so ich brauche Gravel ich gehe jetzt mal in die Höhle da unten wieder und hole mal noch ein bisschen Gravel oder ich nehme mal eine andere Höhle das kann ich auch tun was ist denn hier passiert und hier fehlt auch nochmal wieder man 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 diese blöden Endermen ist ja schlimm hier ist auch die beste Höhle das ist so eine Lagune wieder war ich hier schon drin nö ich habe keine Fackeln mit ich bin so blöd okay warte mal ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück lass das nicht das hier so wie weit er springen kann oh nein jetzt habe ich ein Ei mit toll erstmal was futtern so ein Schaf so okay dann laufen wir mal hier dran vorbei und einfach mal hier rein halt so Moment wow es geht einfach zu schnell hier so das Ei packe ich jetzt mal hier noch rein äh was wollte ich jetzt was wollte ich jetzt Fackeln wollte ich holen genau und dann wollte ich hier nochmal halt wenn ich schon hier bin wir haben ja so viel Hühner jetzt kann ich ja mal ein paar Eier nochmal stibitzen 14 habe ich nur gekriegt was so wenig krass na gut ich habe mich hier auch nicht lange aufgehalten von daher kann sein dass noch nicht genug noch nicht genug gelegt wurden ich wollte jetzt sagen gespawnt sind aber die werden ja gelegt die werden ja nicht gespawnt ist doch klar ist doch logisch ist doch Minecraft da wird nichts gespawnt da wird alles gelegt also Hühner äh legen Eier ihr wisst was ich meine so ähm hier jetzt wollte ich hier noch das Glas wollte ich nochmal ablegen doch nicht in die Weltstundruhe hier rein so wow jetzt habe ich da noch zwei Glasscheiben übrig ist auch toll sehr toll so ich möchte einmal halt warte einmal möchte ich gerne oh ein ein rosa Schaf tatsächlich mal ist ja auch nicht schlecht so ich könnte jetzt hier wagemutig runterspringen aber ich glaube das ist nicht die beste Idee so ähm ich nehme mal den Weg nach unten den ganz normalen der noch nicht existiert ouch verdammt hier komme ich gerade nicht durch wie scheiße jetzt komme ich hier nicht durch okay muss ich denn nochmal gucken ähm ach komm weißt du so mach mal ein bisschen schneller und jetzt nochmal runter so okay jetzt die Fackeln gehören eigentlich hier hin das Dings bei kommt es mal dahin und ich werde mal ganz kurz hier schauen was ist denn in dieser Höhle hier drin hoffentlich geht es hier nicht wieder so tief rein wow wow die epischste Höhle der Welt Alter ich feier das so wie episch diese Höhle einfach ist ja wow wow warte mal haben wir noch mehr Höhlen hier was ist das hier okay ist noch gar nicht fertig die Stadtmauer so was ist hier jetzt keine Höhle ist einfach nur naja ja da ist irgendwie Minecraft abgestürzt es ist auch toll warte mal ich mache einfach mein nächstes Lied an so ist schon wieder so leise so das ist so schön ich mache das mal ein bisschen lauter Meridian 59 also hier bin ich jetzt wieder ich wollte eigentlich hier mal hier wollte ich irgendwie hinlaufen mal sehen ob ich hier eine Höhle finde hier ist auch irgendwie Wüste sieht sie so dunkel aus gerade in der Wüste naja jetzt wird es wieder heller jetzt wird es wieder freundlicher irgendwie so was ist hier eigentlich sonst ist hier ja hier ist auch keine Höhle nö dafür sind hier Kühe warum ist da eine Kuh verdammt vielleicht habe ich die irgendwann ausgesetzt und ich da hingelaufen hallo warum folgen mir die Hunde jetzt auf einmal Alter Minecraft du verarschst mich doch echt gut dann nehme ich halt die Hunde mit damit die sich dann selber umbringen können gleich wenn ich irgendeine Schlucht finde und die dann wahrscheinlich reinspringen ich weiß es nicht so gut hier ist jetzt auch keine Höhle ist jetzt auch egal ich wollte eigentlich auch nur Gravel haben also Kies aber so schnell wird das wohl nichts wenn ich hier dauernd von Minecraft gestört werde also gut lasse mich hier bitte spielen einfach ohne dass du abstürzt was ist denn hier ach ich habe hier einen Kackstift gesetzt weil weil da unten eine Höhle ist oh guck mal Gravel ach guck mal Alter guck mal wie viel Gravel vor allem und noch eine Höhle die noch gar nicht erforscht ist hatte ich glaube ich mal in Folge zwei oder drei oder so ziemlich zum Anfang gefunden ist ja cool hier wächst einfach mal Dings rein diese Hunde ne die machen einen überhaupt nicht verrückt denkst auch nicht einfach was ist denn das auf einmal war und denkst da ist irgendein Monster aber das sind dann die Hunde so Alter wieso wächst es hier rein ich weiß es nicht hab es ja auch also es gefällt mir auch diese Höhle die so bewuchert ist verwuchert da müsste ich mal siehst du ich ah ich weiß was ich machen wollte ich wollte so einen Tunnel bauen irgendwo und den auch mal so verwuchern lassen mit diesen Ranken aber ansonsten ist hier nix ne da geht es auch schon wieder raus nö hier ist sonst nix okay hier geht es ja wieder raus oder einigermaßen raus halt wie man das nennen will so einmal Kohle wow und ich muss was essen und meine Nase juckt äh böde Nase so ach ja wie denn wie die Nase des Mannes so sein Johannes ja ist ja gut ich hab ne große Nase so he 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 außerdem heiße ich nicht Johannes sondern äh Anders mein Name ist Anders so ah okay also das mit den Hunden ist ein bisschen nervig lalalalalala lalalalalala jetzt gibt es hier ganz viel Graviel alter wie laut warte warte oh das ist zu leise ist das überhaupt Iron Forge also hier in der Höhle das mit den Ranken gefällt mir irgendwie müsste ich echt mal bauen so ne Höhle mit ganz viel Ranken drin also nicht ne Höhle also so ein Tunnel mit ganz viel Ranken drin kommst du denn irgendwo in irgendein geheimes Gebiet oder so ich weiß noch nicht mal sehen aber es ist bestimmt nicht schlecht ich mein hier gefällt es mir auch guck dir das nochmal an ist das schön oder nicht was ist mit den Ranken hier warum ist hier eigentlich ist auch so viel Graviel alter dahinter ist bestimmt noch ne Höhle so wie ich mein Kampf kenne dü 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 ist auch wieder zu leise das war nur am Anfang zu laut und jetzt hab ich wieder zu leise gemacht verdammt ah zu laut man ups so ist immer noch zu laut man so jetzt was ist denn heute los mit dieser Steuerung von der Lautstärke irgendwie passt das alles noch nicht ich muss das vor allem auch ich denke immer das ist ein Creeper dabei sind das die die Ranken ist das überhaupt Ironforge ja ich muss das vor allem auch irgendwie anpassen auf die Lautstärke des äh ne das Gravel ab bei uns hier also des Spiels bei uns natürlich natürlich so passt das vielleicht besser ich weiß es nicht genau wow jetzt wird es hier runter auf den Hund drauf der arme Hund oh so warte ist hier alter wie viel Gravelis hier einfach das ist zwar unfassbar so Vielen Dank.